So, da ist der Ferdi, die Chiara und die Heda. Alle drei gechillt und glücklich. Es ist halb 10, es ist schon relativ heiß. Wir sind hier auf einer wunderschönen Wiese. Panorama. Und wir sitzen unter einem Apfelbaum. Also idyllischer geht es nicht mehr. Die Heda und die Chiara haben einen Ball. Nein, der Ferdi und die Chiara haben einen Ball und die Heda hat Steckerl. Die knatscht gar so gern Holz. Aber im Moment, wir wollen jetzt schon eine Stunde spazieren. Also ihr seht, alle drei sind glücklich und zufrieden. Es geht allen gut. Und dann zu Hause gehen wir erst wieder am Abend eine große Runde. Da sind wir eben in der Früh so bis 10 unterwegs. Und dann erst am Abend wieder so ab 7, halb 8. Alles ruhig, alles gechillt, alle glücklich. Urlaubswunde halt, ne? Arsch. Alles ruhig, alles ruhig. exits ruhig, alles ruhig.